hallo und willkommen zurück zum dass ich das jemals sagen würde gesündesten backformat auf ganz youtube deutschland jetzt sind alle weg meinst du ich habe mir gedacht wir müssen mal nachdem wir die letzten wochen wirklich gefrönt haben und uns reingepfiffen haben worauf ihr bock hat mit tonnen an zucker und mehl und schokolade und hast du nicht gesehen machen wir heute mal was gesundes was aber trotzdem süß und lecker ist und vielleicht nicht ganz so gesund aber ich habe euch ja gefragt wie immer auf instagram was ihr gerne haben möchtet was ihr gerne backen kochen machen sollen und ihr habt euch frühstücks bowls gewünscht smoothie bowls genau genommen wenn ihr nicht schmuzi bowls und wer sich jetzt fragt was ist eigentlich nur schmuzi bowl reicht nicht auch ein buddha brot mit käse eine käsestulle dann habe ich ihn da was ist das ist da noch schokolade schön so ist sie die influenterin pfeift sich die verdammte schokolade rein und dreht dann video über gesunde bowls mir doch egal ich bin schwanger ich habe gerade eben ein stückchen schokolade genascht wenn ihr euch jetzt fragt was ist eigentlich eine schmuzi bowl im grunde ist das ein smoothie in einer schüssel mit gemüse und obst und zeug du bist die schlechtste promoter in der welt kommen sie nicht in meinen club ist eigentlich auch nur tanzen und saufen ja die leute wissen wenigstens was sie erwarten wir machen es aber in schön so instagram damit ihr hashtag home office hashtag smoothie bowl hashtag gesundes frühstück machen könnt ihr erst ein foto von der schmuzi bowl damit alle denken ihr seid healthy und dann knallt ihr euch den schokohasen rein so wie ich und wenn ihr das ganze hier gerne unterstützen möchtet dann lasst mir doch gerne ein abonnement da würde ich mich sehr darüber freuen und folgt mir gerne auf instagram falls ihr an den umfragen teilnehmen möchtet und wir starten damit dass ich euch jetzt mal erzähle was in so eine smoothie bowl alles reinkommt wir haben nämlich dreierlei heute und die sind alle farblich wunderschön wie die glücksbärchen so und wir starten mit einer roten bowl und hingegen aller normalen bowls die man so von instagram kennt habe ich mir überlegt machen wir bowls mit zutaten die man halt auch kriegt im supermarkt die nicht 18 euro das pfund kosten also man kann da super special kram hinzufügen wir machen heute basic bowls die aber trotzdem gesund sind und euch mit allem versorgen was sie für den tag so braucht ich bin basic bowl und ihr könnt da noch spirulina acai pulver was auch immer hinzufügen wenn ihr das möchtet wir machen aber basic kram wir starten damit dass wir was backen tatsächlich ihr könnt so was auch selber kaufen ich bin ein riesen fan davon ob gibt zum so knuspern oder zum zum in müßchen machen es gibt zu kaufen sinkel crunchy so die kann man jetzt kaufen wenn man aber sich eine große menge einfach selber machen will dann ist das auch easy peasy und zwar machen wir jetzt granola granola sind mandel hafer schmeckt knusper sachen die kann man jetzt müßchen machen die kann man in seine smoothie bowl machen die kann man so vom fernseher knuspern und ich liebe das zeug und das kann man sich vor allem auf vorrat machen es ist sehr sehr günstig wenn man es macht und damit fangen wir jetzt an weil das kommt in unsere erste rote schmusi bowl und wir starten damit dass wir kokosöl wie immer alle mengenangaben in der infobox in einen topf packen und dazu ein bisschen agavendicksaft ihr könnt aber auch honig nehmen wenn ihr es nicht vegan machen möchte wir machen natürlich wie immer was vegan und das erhitzen wir jetzt ganz kurz kommen sie mit so während das drüben jetzt am warm werden ist machen wir jetzt mit den festen zutaten weiter und zwar brauchen wir dafür einmal körnige haferflocken gehobelte bandeln ihr könnt aber auch andere sachen nehmen wenn ihr anderes sehr sehr lecker findet dann schweine dann theoretisch vanille extrakt ich nehme vanillezucker und ein bisschen zimt dann wird das einmal ein bisschen vermischt nicht dass ich hier habe ich schon wieder bock auf weihnachten so und ihr müsst eigentlich nur warten bis sich die beiden flüssigen komponenten so ein bisschen aufgelöst haben und dann kippt ihr das drüber dann rühren wir das unter bis hierhin ist es sehr unspektakulär was übrigens auch noch richtig lecker bei granola mit dabei ist das haben wir aber leider jetzt nicht bekommen ist gepuffter amaranth oh mein gott das gibt es im reformhaus bei allen natura und ich glaube auch ganz normal im rewe jetzt braucht ihr eigentlich nur ein backblech mit backpapier zack und dann kommt das da drauf dann könnt ihr das noch so ein bisschen verteilen könnt das ein bisschen fest drücken und dann geht das in den ofen bei 160 grad umluft für ungefähr sechs minuten und dann geht ihr mit dem pfannenwender hin wendet das einmal und backt es von der anderen seite auch noch mal sechs minuten bis es knusprig und ein bisschen goldbraun ist so ihr seht das hat jetzt eine wunderschöne farbe bekommen und lasst euch nicht irritieren wenn das jetzt noch so ein bisschen lose ist alles ihr müsst das erst komplett auskühlen lassen weil dann verbindet sich der zucker mit der masse hier und dann wird das erst hart ihr könnt das hier in den ecken schon sehen ihr seht hier sind schon so kleine mini knuspels ihr müsst das komplett auskühlen lassen dann erst habt das zusammen vorher ist das einfach nur lose hafer also nicht irritieren lassen das war jetzt schon so lecker macht granola bestes leben wir machen jetzt aber mit der bowl weiter nam 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 dafür brauchen wir einen schönen teller und wir brauchen dafür mixer denn diese schmuzi bowl ist ja einfach im grunde ein schmuzi in der schüssel beim und da kommt jetzt erstmal die gefrorene banane rein dann kommt bei mir alprost hier das ist soja quark quasi da kommen vier esslöffel rein ihr könnt auch wenn ihr keine vegane bowl machen wollt einfach mager quark nehmen und dann habe ich noch eine handvoll himbeeren und erdbeeren da muss über den strung gerade noch abmachen wenn ihr jetzt aber zum beispiel gar kein mix habt oder so dann müsst ihr auch keine gefrorene banane nehmen sondern könnt das ganze einfach mit einer gabel zermatschen das geht auf jeden fall auch so ich mache noch ein schwuppi wasser mit rein weil sich das ganze dann einfach besser mixen lässt und dann passiert auch schon die magie pürieren sie und das ist die ganze magie im grunde das kommt jetzt in die schüssel und wird dann mit toppings garniert die gut für euch und die verdauung und den tagesablauf sind und wenn das ganze so eine joghurt konsistenz hat dann habt ihr alles richtig gemacht wir brauchen jetzt als erstes die restlichen himbeeren jetzt machen wir es nämlich schön wir fangen hier in der ecke an dann mache ich mir da geröstete kokos chips rein die kann man so fertig geröstet schon kaufen ansonsten könnt ihr die auch im backofen ein bisschen rösten schmeckt einfach zu himbeeren erdbeeren und so finde ich super gut dann kommt ne schmecki banane dazu ach klasse guckt mal so richtig mir übrigens jeden morgen mein frühstück an ob wir es jeder der was anderes bautet lügt so und dann kommen wir zum granola und ihr seht das ist wundervoll fest geworden ich habe schon gerade eben gesagt das riecht einfach wie weihnachts keks das ist so lecker aber ihr müsst wenn ich noch nicht probiert hat unbedingt mal granola probieren das kommt jetzt hier so ein bisschen an die reihe da kann man doch mal ein hashtag drunter setzen finde ich wenn das nicht gut aussieht schauen sie in der kokos raspeln baninchen unsere granola und der leinsamen und der schmusi natürlich der eine wundervolle farbe bekommen hat das sieht so schön zusammen aus finde ich großartig bin gespannt wie es schmeckt ich weiß jetzt nicht ich krieg wahrscheinlich im leben nicht alles auf einen löffel macht aber nichts das schmeckt wie ein cocktail mega geil die mühe lohnt sich wirklich zum frühstück das ist echt eine belohnung kommen wir zu rezept nummer zwei und einer neuen glücksbärchen farbe nämlich schwarz glücksbärchen grün ja ich wäre dass ich hasse alle menschen glücksbärchen mit fetten mittelfinger auf dem bauch das wäre meine glücksbärchen ich wäre ein pechbärchen ich wäre ein hasbärchen geworden und zwar arbeiten wir jetzt mit blattspinat das positive aktuell ist ja dass ich ich glaube bedingt durch die schwangerschaft einfach obst sehr sehr gut vertragen was mich sehr glücklich macht an ich fange mit der mango an nicht mit der banane und ich bin aber tatsächlich jemand der solche bowls am liebsten abends ist philip ist ja so süß frühstücker für mich sind früh ist frühstück eher immer so was kleines und philip der frühstück immer ganz üppig ihr könnt mir ja meine kommentare schreiben wie ihr so frühstück weil ich bin tatsächlich team kneckebrot zum frühstück eigentlich immer gewesen und ich bin team zu dumm um eine mango aufzuschneiden wie schneidet man eine mango schlau auf lassen sie los ja nimm das du komische frucht so weiter geht's mit kiwis den hoden der natur eine kiwi ist jetzt für den brei die andere kiwi ist gleich für die deko verdammte kiwi ja okay ciao und dann kommt da noch eine gefrorene banane dazu wir haben den blödspinat vergessen ach sehr gut nadine und ich glaube wir haben noch was vergessen nämlich soll ja eine grüne schmusi bowl sein matcha pulver ist aber sehr teuer müsst ihr wie gesagt nicht tun so ich habe mir jetzt einmal alles vorbereitet und schön instagram abel teller geholt und erst mal kriegt der olenbanenchen mit so eine banane ohne wer macht denn mal sitz klima hier bitteschön liebste banane ja ist das eine gute banane prima so fler lalala lalala latsch pesto köstlich wir legen das mal so in scheibchen hier dran würde ich vorschlagen kommen jetzt kokos raspeln Das ist richtig Oh broke richtig Octourio guck mal dann haben wir noch ein paar hias anim nye 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 ihr könnt natürlich auch lein sammen die haben eigentlich denselben effekt und sind ein bisschen günstiger Und dann kommt noch unsere Banane und dann ist das fertig. Wow, such awesome, much wow. Und ich finde, der Smoothie da drin sieht richtig, richtig gut aus. Der hat eine richtig schöne grüne Farbe bekommen. Hast du leider gepustet? Weil ich dumm bin. Ich war bei dem Spinat so skeptisch, aber du hattest recht. Schau, ich hab mal probiert. Ja, bitte. Ich hab auch meinen Hosenstall zugemacht. Philipp hat seinen Hosenstall diesmal zu. Und Philipp ist Smoothie-Bowl-Experte. Der macht sich sowas gefühlt jeden Morgen. Aber die ist richtig gut geworden. Mega, Rezept in der Infobox. Und wir machen mit Box, Smoothie-Box Nummer 3 weiter. So, kommen wir zu Bowl Nummer 3. Und eigentlich wollte ich eine blaue Bowl machen. Aber dafür hätte ich Acai-Pulver kaufen müssen. Und ich wollte euch Bowls machen, wo ihr eben nicht so einen Schnickschnack braucht. Deswegen machen wir jetzt eine gelbe Bowl. Nam, 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 nam. Und zwar mit Mandarinen, Ananas und Banane und Mango. So, ich raste komplett aus. Und dann starten wir wieder mit der Basis der gefrorenen Banane, die jetzt mittlerweile ein bisschen aufgetaut ist. Dazu kommt jetzt Ananas. Ich wollte Banane sagen, Ananas. Dann kommt da noch Mango rein, die hier unter den Mandaritchen liegt. Dann könnt ihr da noch ein Schwuppi-Pflanzenmilch reinmachen. Wirklich nicht zu viel. Und dann wird das wieder durchgemixt, ne? So, und ich möchte in dem Fall jetzt ein bisschen was zum Knuspern drin haben. Deswegen kommen jetzt als Basis Haferflöckchen hier rein. Und jetzt müssen wir auch wieder gucken, dass das schön aussieht. Das muss ja Instagram-Biebel sein. Muss es nicht. Ihr könnt es aber, macht es. Weil dann sind alle neidisch und denken, ihr ernährt euch total gesund. Mega krass. Dass ihr um 6 Uhr aufsteht und dann ein bisschen Schmuzi-Bowl macht. Mit Sicherheit. Ja, und es kommt jetzt hier so daneben. Fletsch, 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 fletsch. Das sieht ein bisschen aus wie Babybrei, finde ich. Köstliche, wundervoll aufgefächerte, nicht inszenierte Ananas. Dann kommen da wieder ein paar Kokosrappeln dazu. Ihr könnt auch Kokosflocken nehmen. Dann machen wir, anstatt dem Granola, was ihr natürlich auch nehmen könnt, einfach ein paar Nüssis. Hoppala, Walnüsse in dem Fall. Meine Lieblingsnüsse. So, das ist unsere gelbe Tutti-Frutti-Bowl. Ich zeige sie euch mal. Ja, die sieht aber schön aus. Schaut mal. Das kann man dann natürlich alles ganz hässlich zusammenmixen. Dann sieht es gar nicht mehr schön aus. Aber bis hierhin, finde ich, macht sich das sehr, sehr gut. Ich bin auf den Geschmack gespannt. Jam, 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 jam. Ich will so eine Nuss mithaben. Mh. Das ist tatsächlich, bislang finde ich, das mildeste und das süßeste, was wir gemacht haben. Auch supi lecker. So kurios das manchmal ist, dass Leute sich so eine Mühe geben, das zum Frühstück zu machen. Es schmeckt wirklich toll. Aber wenn euch das Ganze hier gefallen hat und ihr das macht und bei Instagram hochladet, verteckt mich gerne drauf in eurer Story. Ich schaue mir das an. Und wenn ihr Sachen habt, die ihr euch wünscht, die wir gerne mal machen sollen, irgendwelche Rezepte, dann schreibt mir das gerne ebenfalls in die Kommentare. Dann gucke ich mir da ein bisschen, ein paar Rezepte raus. Und ansonsten würde ich mich natürlich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Und wenn ihr jetzt noch einfache Rezepte haben möchtet, dann habe ich hier zwei Videos für euch. Und ansonsten sehen wir uns am Donnerstag um 18 Uhr bei einem neuen Video. Wieder macht's gut, bis dahin und tschüss.